Hallo Feuerlöscher TV. Das werden so wie wir! Eure Kinder werden so wie wir! Eure Kinder werden so wie wir! Eure Kinder werden so wie wir! Ihr seid verstanden! Hier, ein, 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 ein... Häng doch an der Hand da weg. Was ist denn los? Ich wollte eigentlich so aggressiv. Weil ich sie hasse. Die kennen mich doch gar nicht. Wir sind Schwibler, wir sind keine Ahnung gegen welche Leugner und sonst was. Ich bin nicht der, nicht der, nicht rechts, nicht links, keine Partei. Ich bin ein Mensch. Extra paar Sätze für Beamten, für Polizisten, für Bundeswehr, Männer und Frauen. Die haben doch auch Familie, die haben doch auch Kinder und Freunde, Nachbarschaft, Verwandte und so weiter. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn die auf unserer Seite sind. Wir sind friedlich. Wir sind mit ganzem Herz und mit ganzer Seele für uns alle da. Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben? Ich gebe Ihnen mein Wort. Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Der 18.11.2021, der Tag der Pressekonferenz, an dem unter anderem die Impfpflicht für Pflegekräfte in den Raum gestellt wurde und nebenher die Worte Gleichgültigkeit und Egoismus propagiert wurden. Wenn ich mich nicht impfen lasse, zog mir Spritwirt mich nach 24 Jahren und ca. 10 Krankheitstagen den Boden unter den Füßen weg. Nun frage ich, warum möchten Sie eine Impfpflicht einführen, wenn diese lediglich ein Eigenschutz und kein Fremdschutz wird? Wir alle, die den Mut haben, für die Freiheit einzustehen, willst du Freiheit? Nimm sie dir! Über Fakten kann man streiten. Lasst sie uns mal aufbereiten! Musik Das ist doch gar nicht wahr Die Masse sieht bald wie schade Die Freiheit wird sich im Grab Ob der wie jeder Stand des Drachen kam Aller Schiegel war da Komm, sprich, bist du nicht Ich bin nicht mehr 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 Aber Hamburg darfst du nicht Haben wir nicht stehen zu sehen Gegen diese verdammte Spaltung der Gesellschaft Das wir nicht akzeptieren Auch nicht ich akzeptieren Wenn wir stehen zusammen Ob gehen oder nicht gehen Das steht hier nicht zu sein Wir wollen zusammen Nein! Wir lassen uns nicht spalten!